Sehr herzlich willkommen im Falter, meine Damen und Herren. Sozialdemokratie und Geschichte, das ist heute unser Thema. Die Parteienlandschaft ist massiv in Bewegung, international und in Österreich. Traditionelle, brave Konservative wie die amerikanischen Republikaner akzeptieren eine Führungsfigur, die populär-demagogisch vielleicht faschistoid ist wie Donald Trump. Die ÖVP in Österreich ist phasenweise nicht mehr von rechtspopulistischen Parteien zu unterscheiden. Die Sozialdemokratie hat den Wohlstandsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt, scheint aber jetzt außer Dritt zu sein und tut sich schwer mit der neuen Welt, der Globalisierung, des globalen Kapitalismus umzugehen. Wir wollen heute über die historischen Wurzeln der Sozialdemokratie sprechen und welche Bedeutung sie heute noch haben. Diese Folge kommt aus dem Sitzungszimmer der Wochenzeitung Falter in der Wiener Innenstadt, wo solche und ähnliche Fragen der Zeitgeschichte oft heftig diskutiert werden. Ich begrüße sehr herzlich den Historiker Wolfgang Madertaner. Hallo. Wolfgang Madertaner war viele Jahre Direktor des österreichischen Staatsarchivs, zuvor Leiter des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung, unter anderem eine Institution, die Nachlässe, Archive, Flugblätter von ganz links bis mittel links bis brav links sammelt. Und er hat ein Buch mit herausgegeben, Vorwärts Sozialdemokratie nach 1989 ist der Titel. Es ist ein ganz leichtes kleines Büchlein, das aber sehr viele Autoren, hochkarätige Autoren beherbergt. Hannes Androsch und Heinz Fischer sind mit herausgegeben. Wolfgang Madertaner, ist das ein bisschen so etwas wie die offizielle Geschichtsschreibung der Sozialdemokratie, die sich da drinnen findet? Also es mag vieles sein, eine offizielle Geschichtsschreibung ist es nicht. Und dieses kleines Falses war aber die Idee sozusagen, diese 130 Jahre oder in Wirklichkeit 150 Jahre, die sich die Sozialdemokratie als politische, als kulturelle, nicht zuletzt auch als ökonomische Bewegung formiert hat, so weit wie möglich aus heutigen Gesichtspunkten darzustellen. Wir denken, dass es eine allgemeine Geschichte Österreichs in gleicher Weise ist und nicht nur Österreichs. Und du hast die Idee Ende der 90er Jahre erstmals ausführlich formuliert und debattiert, das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Weitere 20 Jahre später schaut es so aus, als ob die Sozialdemokratie tatsächlich die eigentlichen Forderungen, die am Anfang stehen, jene Forderungen nach umfassender Emanzipation, nach persönlicher und kollektiver Freiheit, nach einer Etablierung eines Wohlfahrtsstaates, der in vielerlei Hinsicht gesichert ist. Es scheint tatsächlich so, dass diese Forderungen und diese zunächst Utopien erfüllt sind. Aber ob man damit weiterkommt, das ist ja die große Frage. Ob das nicht eine Situation ist, wo eine politische Strömung, die das, was man sich zum Ziel gesetzt hat, erfüllt hat, wie kann sich die neu erfinden? Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich, dass die Historikerin Gabriela Hauch gekommen ist. Hallo. Hallo. Gabriela Hauch ist Professorin für neuere Geschichte an der Universität Wien mit dem Spezialgebiet Frauengeschichte. Sie hat gemeinsam mit Karl Falland ein Buch herausgegeben über eine Sozialdemokratin, die viele nicht kennen. Der Titel dieses Buches ist Aus der Sintflug einige Tauben. Zu Leben und Werk von Elisabeth Schilder. Und Elisabeth Schilder war eine Persönlichkeit der Frauenpolitik der Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit nach 1945 und hat die Bewährungshilfe in Wien mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Wie wichtig war diese Frau für die Sozialpolitik in Wien? Speziell in Wien ist es vor allem ihr ganzes Agieren im Jugendamt nach 1945 und es ist ganz aktuell. Elisabeth Schilder hat in den 50er und in den 60er Jahren gegen diese Großheime bereits versucht anzukämpfen. Wo es ja viel Missbrauch gegeben hat. Genau. Also wie viel Geld das jetzt die Republik und Wien irgendwie auch gekostet hat, diese ganzen Wiedergutmachungen. All das hat eigentlich Elisabeth Schilder schon vorausgesagt, aufgrund ihrer Praxiserfahrungen. Aber Elisabeth Schilder ist eben auch genau eine, die Visionen in der Sozialdemokratie verkörpert, die noch nicht erfüllt sind. Möchte ich gleich Wolfgang Marder da ein bisschen widersprechen. Weder eine große allgemeine Geschlechtergerechtigkeit kennzeichnet unsere Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts aus, so wie es Elisabeth Schilder und viele andere bereits in den 1920er Jahren vertreten haben. Sie war auch eine derjenigen, die Minister Broder damals sehr gestessen immer hat, in Bezug auf Reform des patriarchalen Familienrechts von 1811. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis 1975 zur großen Familienrechtsreform immer noch der Mann als Haupt der Familie im Gesetz gestanden ist. Oder hat da sozusagen jemand gebraucht, der ihm im Knack sitzt und sagt hat, machen wir was, machen wir was, machen wir was. Das war genau Elisabeth Schilder. Das war Elisabeth Schilder und Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Broder wie von Schilder haben uns bei den vielen Interviews, die wir geführt haben, auch bestätigt. Sie war quasi das linke Gewissen von Broder. Ich freue mich, dass Falter-Redakteurin Barbara Todt gekommen ist. Hallo, Barbara Todt ist Historikerin, hat viele Bücher geschrieben. Das letzte Buch ist ein ganz aktuelles, über die Wahlen 2019, herausgegeben mit Thomas Hofer. Aber gemeinsam Strategien, Schnitzel und Skandale, man sieht, da geht es ein bisschen weniger um die tiefe Geschichte als um die Aktualität, hat eigentlich die geschichtliche Verankerung einer Partei wie der Sozialdemokratie heute in der heutigen Zeit noch wirklich Bedeutung? Also ich finde mehr denn je. Und die Frage ist natürlich, wie geht man um mit dieser Geschichte? Deswegen finde ich es ja auch so interessant, dass dieses Buch von Ihnen, Herr Madertaner, spät aber doch erschienen ist. Weil man muss ja auch wissen, der Hintergrund war, ich meine, wir hätten ja 2019, eigentlich wäre das ja ein schöner Anlass gewesen für die SPÖ im Wahljahr, in diesem etwas überstürzten, aber dann doch eben Wahljahr, sich auf diese 130-jährige Geschichte auch ein wenig zu besinnen und das auch zu zelebrieren und zu feiern und auch aus Anlass zu nehmen, quasi sich selbst zu verorten in der Gegenwart. Nur da gab es ja nicht wirklich viel an Veranstaltungen und an Bewusstsein dafür. Und dieses Buch ist ja quasi ein spätes Bekenntnis zu dieser großen Geschichte, was, finde ich, zeigt den problematischen Umgang, den es auch innerhalb der SPÖ mit der eigenen Geschichte gibt, beziehungsweise die geringe Wertschätzung, die eigentlich Geschichte derzeit überhaupt im politischen Kontext hat. Also da könnte man schon mehr Rücksicht nehmen. Gabriele Haucher, die Sozialdemokratie ist immer traditionell, war die Partei der Großen Linken, die Große Partei der Linken in Österreich, groß, manchmal groß, manchmal weniger groß, aber das waren ihnen eigentlich immer die Braven innerhalb der Linken. Das war in der Zwischenkriegszeit so. Das war eigentlich auch in unserer Zeit, wie wir jung waren in der Studentenbewegung, waren das die Braven. Die Elisabeth Schilder hier, die hier beschrieben werden, die Buch war überhaupt keine Braven. Sie hat sich als Revolutionärin empfunden, als Weltrevolutionärin sogar. Wie hat das zusammengepasst? Diese grundsätzlich Bravheit der Sozialdemokratie und dieser revolutionäre Impetus von Leuten wie Elisabeth Schilder, aber auch natürlich Bruno Kreisky, der in der Zeit in der Jugendorganisation... Der war braver als die Elisabeth Schilder. Er war ein bisschen braver, ja, das stimmt, ja. Aber wie hat das zusammengebracht in der Braven Linken Partei, die nicht-Braven Revolutionäre? Ja, die Sozialdemokratie gerade in der Ersten Republik war irgendwie ein großer Regenschirm, könnte man sich vorstellen. Und unter dem Regenschirm haben einfach ganz viele verschiedene Strömungen Platz gehabt. Nicht umsonst ist Österreich einer derjenigen Staaten gewesen, wo die Kommunistische Partei, also in der Bedeutungslosigkeit eigentlich während der gesamten Ersten Republik, verblieben ist. Und dieser großgespannte Schirm hat eben auch eine von der Parteileitung akzeptierte, organisierte linke Strömung gehabt, wo eben Elisabeth Schilder dabei war, wie auch ein Gutteil der Mitglieder der Jugendorganisationen. Aber eben nicht nur. Also die sind irgendwie auch unterstützt worden von der großen alten, Therese Schlesinger zum Beispiel, oder von der nächsten Generation, Käthe Leichter oder Marianne und Oskar Pollack. Das waren alles Persönlichkeiten der Sozialdemokratie, Frauen, die sehr aktiv waren, die aber nicht in der ersten Reihe gestanden sind, nie in die erste Reihe gekommen sind. Eigentlich nach 1945 war das durchaus ähnlich. Viele starke Frauen, auch ein Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Frauen, heute ein Bekenntnis zum Feminismus, aber wirklich in die erste Reihe sind sie nicht gekommen. Warum ist das so und wie ist die Partei mit diesem Spannungsverhältnis? Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Frauen. Viele engagierte Frauen sind dort, aber die gläserne Decke ist offensichtlich da. Wie ist man damit umgegangen? Wolfgang Maradana. Ich denke, es ist ein wesentlicher Punkt im gesamten Politikverständnis, im gesellschaftlichen Verständnis, auch im Verständnis von, was Emanzipation im jeweiligen historischen Moment kann und was es nicht kann. Es ist der Versuch sozusagen, gesellschaftliche Zustände und gesellschaftliche Aktualitäten mit durchaus utopisch formulierten Zielen in Einklang zu bringen. Das hat viele, viele Rückschläge, das hat viele, viele Fortschritte. Ich denke mir, man kann vielleicht nicht einmal im Fall von Joanna Donal sagen, dass sie ganz vorne an erster Stelle gestanden ist, aber sie hat eine geradezu unglaubliche Wirkung entfaltet, ebenso wie es eine Hertha Firnberg oder eine Rosa Jochmann getan haben. Das denke ich schon. Für mich eine unglaublich typische Anekdote oder zwei typische Anekdoten, wenn Zeit ist dafür, ich hatte das große Privileg, Bruno Kreisky durch das Vorwärtshaus zu führen, als es als Dokumentations- und Studienzentrum eröffnet wurde. Kreisky hat zu mir gesagt, Da sitzt der Arbeiterzeitung, historische Sitz der Sozialdemokratischen Partei. Und da sitzt der Partei, der austromarxistischen Partei, schlechthin. Und Kreisky hat zu mir gesagt, Weißt du, wir als Junge sind hier immer mit einem ungeheuren, nicht beschreibbaren Ehrfurchtsgefühl hereingegangen, weil hier haben alle jene gearbeitet, die wir zutiefst bekämpft haben. Die wir als Junge zutiefst bekämpft haben. Das scheint mir eine sehr, sehr typische sozialdemokratische, demokratische Ebene zu sein. Kreisky war alles andere als Parfait. Die eine unglaubliche Biografie hinter sich gebracht. Und wenn wir gerade dabei sind, in einem wunderbaren Buch, Lernens Geschichte, Herr Reporter, das derzeit erscheint oder bereits erschienen ist, von Ulrich Brunner gibt es die legendäre Episode, Chefredakt der Korher von der Presse sieht das Abendland untergehen, weil Homosexualität in Teilen entkriminalisiert wird. In der Strafrechtsreform von Bruder. Der Korher fragt voller Empörung, ob Bruno Kreisky auch dafür sei, für diese Schweinerei. Und Kreisky sagt, natürlich bin ich dafür, solange es der Bruder halt nicht zur Pflicht macht. Und ich denke mir, das sind zentrale Ebenen eines ganz, ganz bestimmten Verständnisses von Politik. Bei Kreisky ist das natürlich... Doch, 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 eine Flexibilität. Jetzt zur Frauen. Einspruch? Ich würde gerne noch was sagen. Schaut noch Einspruch aus, Herr Kavriela. Du hast mich zuerst gefragt, warum brafe SPÖ und die Linken eigentlich. Johanna Tonal wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht die autonome Frauenbewegung gegeben hat. Ich meine, die autonome Frauenbewegung kann man auch wiederum in einen größeren Zusammenhang einbetten, mit Bildungsreform und Hochkonjunkturen etc. Aber die Johanna Tonal wäre einfach nicht möglich gewesen. Aber was das Besondere an der Johanna Tonal war, sie ist darauf gestanden, dass sie kritisiert wird, dass sie zu wenig tut, dass sie zu wenig radikal ist. Und als ehemalige Kritikerin von Johanna Tonal, wir haben uns übrigens ausgezeichnet verstanden, ich will jetzt keine Anekdoten erzählen, aber sie war froh darüber, dass sie kritisiert worden ist, dass sie quasi einen Schub von hinten bekommen hat. Und das ist der große Unterschied zu den ganzen Politiken auch der Sozialdemokratie in den letzten, sage ich einmal, 15, 20 Jahre. Man ist als Kritiker oder als Kritikerin nicht mehr gelobt worden. Man ist nicht mehr bedankt worden für die Kritik. Aber historisch war das durch diese Flexibilität der österreichischen Sozialdemokratie, war größer als die Flexibilität in anderen sozialdemokratischen Parteien, wo man Linke ausgegrenzt hat, während man in Österreich versucht hat, sie irgendwie zu integrieren. In der Frauenpolitik weiß ich nicht, ist da wirklich größere Flexibilität als woanders vorhanden ist. Wenn man sich heute anschaut, die Schwierigkeiten, die die Parteivorsitzende hat, Pamela Rendi-Wagner, sind ja eigentlich immens. Die sind nicht nur aufgrund von möglichen politischen Defiziten, die es gibt bei ihr möglicherweise, sondern auch deshalb, weil sie sich heute mit einer Macho-Kultur in der Partei, die scheint nicht wirklich sich verändert zu haben, konfrontiert ist. Wie sehen Sie das, Barbara? Also was mich so fasziniert, vor allem wenn man sich jetzt anschaut, was die Biografie von Elisabeth Schilder und ihren Zeitgenössinnen, die sind ja von der Art und Weise, wie sie gedacht haben, oft revolutionärer und moderner als vieles, was wir heute eigentlich denken. Und quasi den Backlash, den es dann in den 50er und 60er Jahren gab und eigentlich erst so mit 68, 70er Jahren kam dann wieder dieses Bewusstsein hervor. Also Pamela Rendi-Wagner ist einmal mehr wieder eine Eisbrecherin, wo man das Gefühl hat, die muss eigentlich von vorne anfangen. Also obwohl sie auf so vielen Traditionen und auf so vielen tollen Frauenbiografien innerhalb der sozialdemokratischen Bewegung aufbauen könnte. Nur die werden eben nicht so gehegt und gepflegt und in die Auslage gestellt, von Frau Donal abgesehen, wie es vielleicht sein sollte. Und ich glaube, der Kulturwandel, also wenn das mit der Geschwindigkeit weitergeht oder auch momentan eben stockt, wird das wahrscheinlich noch einmal 20, 30 Jahre brauchen. Elisabeth Schilder, die Frau, über die du geschrieben hast, der Gabriele Hauch, war aus einem bürgerlichen jüdischen Haushalt, war aus einer bürgerlichen jüdischen Familie gekommen, Bruno Kreisky auch. In der Ersten Republik war irgendwie Antisemitismus eigentlich sehr, sehr weit verbreitet unter fast allen Parteien außer der sozialdemokratischen Partei. Das heißt, da konnten eigentlich engagierte, politisch engagierte, aufgewachte Leute mehr oder weniger waren gedrängt, die Sozialdemokratie zu sich auszuheben. Die Sozialdemokratie hat keinen Paragrafen im Parteiprogramm gehabt, im Gegensatz zu christlich-sozialen und deutschnationalen. Aber Antisemitismus hat es schon gegeben innerhalb der Sozialdemokratie. Hat abgefärbt, hat wie stark abgefärbt in der Zwischenkriegszeit, wie stark abgefärbt auch nach 1945. Also das Buch von Ulrich Brunner, Lernens, Geschichte, Reporter über Bruno Kreisky, beschreibt eine Szene, die ich nicht kannte, die unglaublich ist. Wo der Bruno Kreisky da nicht zurückkommen konnte, weil er Adolf Schärf als Parteivorsitzender das lange Zeit verhindert hat, war dann endlich hier, ist bei regelmäßigen Treffs beim damaligen Bundespräsidenten Körner gewesen, wo sich die SPÖ-Spitze getroffen hat. Und der SPÖ-Innenminister Helmer, der ein Antisemit war, hat ihn ununterbrochen antisemitisch angeflegelt, dass er sogar gesagt hat, bitte, da gehe ich nicht mehr hin. Also wie war die Widerstandskraft wirklich der Sozialdemokratie gegen diesen umfassenden Antisemitismus, Gabriela? Du hast Helmer erwähnt. Helmer hat 1933 verhindert, dass die auch in einem jüdischen Haus geborene Käthe Leicht in den Parteivorstand gekommen ist. Das war bei Käthe Leicht auch noch eine Vermischung, weil sie einfach auf der linken Seite war. Aber Antisemitismus gehört zur Kultur Österreichs. Und das ist eine schreckliche Kultur. Und von daher ist natürlich Antisemitismus auch in der Sozialdemokratie vertreten. Aber was ich irgendwie das Besondere finde, das ist irgendwie dieses Beharren nach 1945, also nach dem Wissen, nach dem Erleben des Holocaust, das nach wie vor eben auch gepflegt, unter Anführungszeichen, wurde, wie diese Szene, die du jetzt erzählt hast, das ist eigentlich schon was ganz Erschütterndes. Wenn Viktor Adler sagt, Antisemitismus ist der Sozialismus des dummen Kerl, was oft verwendet wurde als ein Beispiel dafür, wie die Sozialdemokratie sich abgegrenzt hat. Davon ist aber etwas verharmlosend, oder, Wolfgang Wadertaner? Es ist die ganze Sache komplexer. Und ich weigere mich wirklich, das sozusagen vom moralischen Standpunkt her zu beurteilen, oder ausschließlich vom moralischen Standpunkt her zu beurteilen. Es ist, wenn man schaut, an der Wege der Sozialdemokratie steht eine ganz eigenartige, eine ganz spezifische Koalition aus jüdischen, intellektuellen und einer traditionellen Facharbeiterintelligenz, die meistens tschechischer Herkunft war in diesen Landen. Es ist doch ein sehr, sehr großes Spezifikum. Und du hast heute simpel und einfach die Tatsache, dass das Wiener Judentum und in Österreich reden wir fast ausschließlich von Wien, wenn wir über die jüdische Frage reden, dann ist hier eine unglaubliche Koalition gegeben. Also Sozialdemokratie und Judentum fallen so weit zusammen, dass die Sozialdemokratie grundsätzlich von christlich-sozialer und deutsch-nationaler Seite bis in die 50er Jahre als Judenpartei beschimpft wird und als verjudet. Das ist einmal Tatsache. Da hat auch Bruno Kreisky sogar im Wahlkampf 66 damit zu tun. Ja, der Kreisky hat ja noch bevor er 66 den Parteivorsitz übernommen hat und dann wieder bevor er 70 angetreten ist als Kanzlerkandidat sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht glaubt, dass ein Jude in diesem antisemitischen Land diese Funktionen einnehmen kann. Und die ÖVP hat antisemitisch plakatiert. Und Klaus, ein echter Österreicher, wir kennen dieses Plakat alle. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich in diesem Zusammenhang anführen muss, und da muss ich der Kollegin Hauch durchaus recht geben, bleibt so etwas wie eine antisemitische Grundierung der Kultur in diesem Land. Das färbt schon auch auf die Sozialdemokratie ab. Aber wie gesagt, als junger Student habe ich mir Karl Marx eine Legende in Töbling als Parteisekretär, als Parteiintellektueller etc. gefragt, wie gibt es das eigentlich, dass noch vor dem Karl-Marx-Hof Töbling ein roter Bezirk ist. Und Karl Marx hat gesagt, nein, ganz einfach die jüdischen Willenbesitzer. Das war für mich als junger Student, der aus der Provinz nach Wien gekommen ist, ein absolutes Rätsel, um ein böhmisches Dorf, wenn ich das so formulieren darf. Aber im Prinzip hast du diese sehr, sehr zweischneidige Grundtendenz in der sozialdemokratischen Geschichte. Da ist doch, muss man sagen, wahrscheinlich wirklich mit der Affäre Waldheim und der Auseinandersetzung mit Waldheim in der österreichischen politischen Kultur hat es einen Bruch gegeben. Da ist die Zeit in Sachen Antisemitismus vor der Waldheim-Affäre und nach der Waldheim-Affäre ist doch ziemlich anders. Ich möchte doch einen Sprung mehr in Richtung Aktualität. Das Parteiengefüge heute, die Traditionen heute, spielen die heute noch eine Rolle in der Auseinandersetzung? Ob jetzt, wir wissen alle, die traditionelle Teilung des österreichischen politischen Kulturs in deutschnationale FPÖ, christlich-sozial-ÖVP, linke Sozialdemokratie. Aber spielt das noch eine Rolle? Oder ist da eigentlich so viel durcheinandergekommen, dass diese Verwurzelung viel, viel, viel weniger wichtig ist, als das früher der Fall war? Barbara Todt? Ich glaube, es spielt, also es ist viel durcheinandergekommen und es ist auch sehr viel bewusst vermischt worden, beziehungsweise bewusst quasi usurpiert worden. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was Sebastian Kurz in den letzten Jahren gemacht hat, der hat ja in wesentlichen Themen der FPÖ übernommen und quasi für sich vereinnahmt und hat dadurch die ÖVP quasi weit ins Rechte, ins FPÖ-Lager geöffnet. Das, was jetzt auch innerhalb der SPÖ immer wieder diskutiert wird, Stichwort Doskozil, also die Frage, kann man nicht quasi auch mit so einem eher nationalen, populistischen Kurs die SPÖ wieder zum Erfolg zurückführen, zeigt auch quasi, wie flexibel man eigentlich mittlerweile ist, wenn es darum geht, quasi am Wählermarkt sich neu zu positionieren. Ich glaube deswegen, dass so diese alten Links-Rechts-Schemata und diese ganz klassischen Kategorien, die wir noch aus der Zweiten Republik heraus kennen, dass die nicht mehr so griffig sind. Was ich aber spannend finde, und deswegen finde ich den Blick in die Geschichte für die Sozialdemokratie auch so interessant, ist sozusagen der Zugang und jetzt neumodisch formuliert das Mindset, dass so Persönlichkeiten wie zum Beispiel eine Elisabeth Schilder hat. Also die Art und Weise, wie man auf die Gesellschaft blickt, wo man nach quasi auf die Schwachen blickt, auf die Brüche, auf die Kontinuitäten, also dieser extrem wache Blick auf eine Gesellschaft und aus der heraus sozusagen politische Programmatik entwickeln. Also ich finde, das ist etwas, was zeitlos ist. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt als Sozialdemokratie auch eher ansetzen, wenn ich mich heute frage, wo ist mein Klientel und welche Antworten kann ich geben? Gabriela Hauch, kann es nicht sein, dass das historische Bewusstsein oder die Vorstellung, wir sind eine historische Partei, also das heißt eigentlich, uns wird es immer geben, dass das nicht auch in Wirklichkeit ein Hindernis ist, um mit der neuen modernen Welt, der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts umzugehen? Nein, ich glaube, der Blick zurück in die Geschichte oder ein Geschichtsbewusstsein kann nie etwas verhindern, sondern der Blick zurück, glaube ich, macht die Zukunft sensibler und offener und auch erleichtert differenzierteres Denken, um diese komplexer werdende Welt zu erfassen. Also verhindert nicht, was vielleicht dem Recht gibt, an welche These du aufgestellt hast, dass es vielleicht eine gewisse Saturiertheit gibt von Funktionärsschichten, sage ich jetzt einmal, die an der Macht sind, ist jetzt zu groß gesagt, aber die irgendwie bequeme Positionen haben, die sich nicht fragen müssen, wie ist die Zukunft, weil meine eigene Position gefährdet ist. Das glaube ich eher. Und es ist saturiert und vielleicht auch ergänzend, also diese typische Frage, die man ja seit Jahren immer wieder in der SPÖ hört, wie kriegen wir die Arbeiterschaft zurück, die uns an die FPÖ verloren gegangen ist. Und dieses Thema kreisen ja sehr, sehr viele auch SPÖ-interne Debatten. Und ich finde, da könnte man schon mal hinterfragen, welche Arbeiterschaft, wie schaut die heute eigentlich aus? Ist das noch die gleiche wie vor 25 Jahren, als Jörg Haider sie der SPÖ quasi weggeschnappt hat? Oder ist es vielleicht überhaupt die falsche Frage? Ja, genau. Und da zum Beispiel Elisabeth Schilder, um das wieder anzuknüpfen. Die Schutzbedürftigen waren im Zentrum ihres Denkens. Sie war der Meinung, eine Gesellschaft ist daran zu messen, wie sie mit den Schwachen umgeht. Wie stark ist das in der SPÖ heute noch? Wer sind heute die Schwachen in der Gesellschaft? Wolfgang Wader-Taner. Wie stark ist das noch heute? Ganz kurz? Die historische Dimension sozusagen, die uns denken lässt, wir sind eine große, große emanzipative Bewegung, die es immer geben wird. Man darf nicht vergessen, die Sozialdemokratie hat es über österreichische, über einen Zeitraum von elf Jahren einmal, überhaupt nicht gegeben. Das war die Illegalität in den Jahren des Faschismus, zuerst der christliche und später der deutsche. Ich denke mir, da gibt es schon eine sehr, sehr starke historische Verhaftung. Der Punkt dabei ist der, dass die Sozialdemokratie wohl, das hat die Kollegin Dott jetzt angeschnitten, dass die Sozialdemokratie wohl ein mehr oder weniger idealer Ausdruck einer industriellen Moderne ist. Und wir befinden uns, glaube ich, das ist unzweifelhaft, in einer postindustriellen Moderne. Und da tut sich eine solche Partei natürlich nicht ganz leicht. Wir werden über die aktuellen politischen Entwicklungen diesen Herbst noch oft sprechen. Das war ein falter Talk über historische Bücher zur österreichischen Sozialdemokratie und auch aktuelle Bücher von Thomas Hofer und Barbara Tott 2019. Strategien, Schnitzel und Skandale von Gabriele Hauch und Karl Falland. Aus der Sintflut einige Tauben über Elisabeth Schilder und österreichische Sozialdemokratie seit 1889, unter anderem von Wolfgang Mardertan. Ich bedanke mich bei allen, die hier am Tisch sind. Denn historische Themen sind im Falter jede Woche ein Thema. Und wenn Ihnen eine neue Wendung in der Interpretation der Geschichte oder in der Erforschung der Geschichte, wenn sie Ihnen keine Wende entgehen will, dann ist ein Falter-Aboment der beste Weg. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017